Einen wunderschönen guten Morgen zwischen meinem Video über die ersten Kleinigkeiten aus iOS 16 und heute da liegen 13 andere Videos. Das Video aus dem Juni, das besprach bereits viele Details aus Apples neuem iPhone OS. Und dieses Video hier, das kehrt nochmal eine ganze Menge mehr an kleinen, an nicht so bekannten Nettigkeiten zusammen, die euch ab sofort allen zur Verfügung stehen.